Musik Ihr wisst wo wir sind. Die Vlog-Action geht los. Mein kleiner Bruder ist dabei. Wir besuchen Kevin. Warum Joel? Jonas zwingt mich, die scharfe Soße zu probieren. Also es ist so, mein Bruder hatte die ganze Zeit immer eine große Klappe. Kevin hat eine ultrascharfe Soße. Mein Bruder hatte die ganze Zeit immer eine große Klappe, das ist nicht so scharf, bla bla bla. Jetzt, Kevin wohnt hier direkt, wir können da hingehen und jetzt musst du die probieren. Und das Ding ist, Joel ist eh schon super nervös. Das cool ist, Kevin ist jetzt gerade sogar noch live auf Twitch. Ich muss das jetzt live im Stream machen. Also der soll wirklich nicht, also wäre unangenehm, wenn er im Stream weint. Guck mal, Jonas sagt du Stopp. Ja. Stopp, stopp, stopp. Oh Gott. Kurz mal die Soße filmen, das wird die Leute das googeln können, wie scharf die ist wirklich. Ja. Von 1 bis 10, wie scharf ist das? Zehn. Zehn. Du kommst da nicht mehr raus jetzt. Du kommst da nicht raus, ne. Okay, ist leer. Er hat's gemacht. Boah. Oh nein. Okay, okay, okay. Wird's schlimmer? Wird's noch schlimmer? Ja. Ich esse gerade Feuer, so. Ich will nicht irgendwas zu trinken haben. Oh mein kompletter Rachen auch jetzt. Danke für die Klicks. Oh, wir verstehen einmal. Boah. Das ist jetzt ungefähr 10 Minuten später. Wie schlimm ist das, 1 bis 10? Oh, alle 10. Wie ihr wisst, meine Familie macht gerade Urlaub. Ich bin natürlich auch Gast im Hotel, ich schleiche mich immer rein. Und der Pool hier draußen ist nicht beheizt, es ist sehr kalt. Wir haben 22 Grad, es ist sehr windig. Und das ist mein Bruder. Und das hier ist Jackass. Okay, wir packen mal die Kamera weg. Was? Jungs, wie war der Flug? 11 Stunden war doch wie im Flug vorbei. Oh, meine Stoppe. Oh, wichtig. Wir sind genau bei 13 Stunden. Holy shit. Schlecht hat man aber nicht fliegen können. Noch mal kurz in Lissabon gehalten. Günstiger auch nicht, dafür 20 Euro bei Mercos für Bier ausgegeben. So, der nächste Morgen. Wir haben das heute alle besonders schick gemacht. Ein Hemd. Ein Hemd und ein Hemd. Jawoll. Wetter ist grandios. Übelgeil. Wir erkunden jetzt ein bisschen die Stadt. Alle sind Corona negativ. Wichtig zu erwähnen. Der Test ist da. Wir waren in Quarantäne bis jetzt gerade. Der Test ist da. Aber jetzt können wir losziehen und die Stadt erkunden. Okay, wir frühstücken jetzt hier. Da vorne ist das Meer. Eine tolle Aussicht. Alkoholfrei. Logisch. Ein großes alkoholfreies Hotel erst bestellt. Ich habe natürlich Wasser, weil ich fahre. Und Toni war einfach auch random hier. Hi. Ein Dorf hier. Es ist schön. Ich mache jetzt ein Kilo Nudeln. Hallo Jona. Ja. Die meisten stehen auf Post. Aber ich würde mich einfach brüsten brüsten. Und damit starten wir den ersten Abend. Der ganzen großen Kumpelreise. Nennst du es wirklich Kumpelreise? Nein. Ich zitiere gerne Longos Longos Tweets. Das Leben ist ein Schmusskonzert. Neger. Ist ein Video. Ne, wir gehen jetzt los. Ich werde jetzt aufs Handy umsteigen. Wir gehen in die Barstraße. Da geht einiges. Kevin kommt auch. Das wird gut. Also Leute. Wer von euch möchte 5 Euro mehr? Tore. Alles klar. Tore für 50 Euro. Ein ganzes... Kek danach ein bisschen Milch. Ja, so nach einer Minute oder so. Nein, nein, nein. Oh Gott, nein. Wie geht es dir? Ich kann es ganz gut verarbeiten. Noch alles easy? Alles. Ja. Kommt der Schmerz langsam? Von ganz hinten raus, ja. Du musst alles hier nach oben vor. Scharf? Es wird immer schärfer. Es wird immer schärfer. Ist schon so schriff. Ist schon so schriff. Ist schon so schriff. Oh mein Gott. Die Milch tut sehr gut. Es wird immer schärfer. Das ist das Gesicht des Bereuertes. Es wird immer schärfer. Jawoll. Es sind fette Shorts heute. Haben wir euch gemacht, Jungs. Ja. Warum jemand was anhat, weiß keiner. Es ist so scharf. Komm, wir machen. Wir gehen rein. Ah, danke. Hei pan creiIDE 1,5€ Ich frei bin. еров. Ich Hldg. Naja. Ich Wellen bei dir... Komm, wir können errore. After 3 Uhr bald прибilde sinnvoll. Leicht angesippt, auf Rücksitz, fühl mich frei, Mann Kein Stress für mich, shoot mein Shot und sie beißt an Wann ich erwachsen werde, kein Plan Ich halte einfach die Zeit an Ich sitz auf meinem Dach und deck's mein Beinblas, ja